seid gegrüßt meine lieben brüder und schwestern zu fallout new vegas vers 13 und das ist immer hier eine affenstarke kamerafahrt hier wenn man mal fünf minuten nix macht dann dreht sich das hier so der pausenmodus und das sind immer affenstarke also hier nacht nacht in kasablan auch dahinten was tun da hinten um ach schau mal da ganz hinten tun zum vier um eine ganz schicke kamerafahrt hier immer dahinten ist der dino der turnst und da gehen wir jetzt hin da hinten tun so ein vier um das wollen wir die seite hoffentlich mit meinen kolleginnen das auch lieben da hinten kommt die ha 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 ho ho viele 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 böse tierchen ein goldgecko klar weg ist er muss sagen was machen die konstanze adi hoppla die schmeißen wir müssen die viecher erledigen weil sonst erledigen wir uns bringt aber auch immer punkte und so scherze noch einer das was ist denn das für ein gerät und ne da gehen wir wieder komm strahlung gut aber wir haben wieder ein paar erledigt das gibt auch irgendwie irgendeinen bonus wenn man 20 viecher erlegt oder so kriegt man immer irgendeinen bonus oder irgendwann keine ahnung aber kann ich an weil irgendwann muss man da wieder durch watscheln wo ist denn das granate bier wir brauchen fixer gott ist das granatengewehr kommt her kaffee korken metallrüstung könnte man mal nehmen wird aber jetzt kann ja ziemlich viel tragen dank weil ich konnte konsole öffnen die die eingebaute konsole konnte ich tatsächlich öffnen metallrüstung ist aber bestimmt auch gut und kommt jetzt einiges hier machen gut weil sie mir mit das da mit dem schlückchen aus der kantine das nervt jetzt tun wir wieder speichern freunde brüder und schwestern speichern 31 mal komme ich kann noch tausend mal speichern das haut aber ganz schön rein auf die festplatte da ist das hat mit ganz schön viel platz weg das letzte mal habe buch da kommt wieder eine tausendmal großwand hallo tausendmal gespeichert und dann da war fünf gigabyte oder so waren da weg großwand willkommen nix mehr großwand ende mit großwand gell veronika da schaust gell da legst du nieder jetzt müssen wir sind da noch groß hören da da steht noch eins oder komm hallo die müssen wir da müssen wir durch alle mich die weg kriegen weil wir da sowieso durch müssen und wenn die einmal weg sind sind die bleiben die weg oder die war killerspiel töten sie genau speichern und weil wir müssen da sowieso durch und wenn die weg sind bleiben die weg oder und wir müssen da sowieso durch dann wenn die dann wir müssen die irgendwann so oder so erledigen verstehst du die armen kirchen großwand bullen haut die bullen platt wie stullen freunde machen wir mal nichts gegen die lieben gesetzesüter aber da kann jeder glaube ich doppler das noch ein vieh kann jeder seine geschichte erzählen glaube ich mit dem lieben gesetzesüter schauen wir mal was da noch am start ist einfach mal wegkommt ob klar kammerjäger und speichern geht ja schnell german gut noch was sonst noch wünsche die veronika wollen wir nicht erlegen ist da jetzt nichts mehr gut dann gehen wir weiter wo müssen wir hin da lang kann die straße entlang oder kommt daten genau wir müssen die straße entlang und dann da ziehen wir einfach mal die straße entlang und da ist wieder was hoppla einfach mal umhauen was scheppert da so komisch da ist irgendwas gut ja komm das geht ein bisschen schneller wir müssen da was ist denn da wieder da steht auch wieder so ein viel oder das machen wir auch noch platt kommt immer darauf aber besseres schuss fällt einfach mal umbauen schicke grafik super grafik auch noch wünsche sonst noch was im angebot gut jetzt ist die veronika wieder weg das glaube ich nicht das glaube ich nie jetzt wenn die wieder weg ist ach da ist sie speichern ja ne speichern komm geht ja halbwegs schnell und genau jetzt ist gucken wir mal was da anliegt ist das ist nix oder also da oben da ist nix da oben äh wo ist das da nichts da ist was oder auch nicht ähm da ist nix wir müssen aber in die richtung ne das stimmt aber gehen wir jetzt gehen wir die straße entlang oder freunde schauen wir mal vielleicht entdecken wir noch irgendeinen wunden punkt auf der karte super spiel daher also wahnsinn die grafik begeistert mich schwer weil es ist zwar alles andere als realistisch in dem sinne aber es sieht einfach schick aus verstehst du also ich finde huch da ist was so sollen spiele sein finde ich verstehst du ich meine ich bin hier immer die imaginären spielwelt verstehst du ich meine wo wo in der realität laufen solche riesigen skorpione rum verstehst du es ist sowieso kacke hier also sowieso eine fantasiewelt da muss die wird auch noch 100% realistisch sein weil weil ich noch nie im echten so ein riesen skorpion gesehen habe oder sowas kojote habe ich jetzt auch noch keine in echt gesehen aber trotzdem verstehst weiß was ich meine also es ist sowieso eine fantasiewelt also warum sie kann auch ruhig ein bisschen fantasievoll gestaltet sein verstehst du leuchten der soldaten ohne jetzt kommen die guhle ach hallo jetzt kommen die guhle ja ich habe noch nie im cool in echt gesehen also weiß ich habe ich auch kein vergleich wieder in echt ausschaut den küche jetzt wollen na hallo das kommt ja na gut soll er kommen hallo im der kollege was hatten der der ist voll im anmarsch im schweins gar ne strahlung hallo ach der leuchtende der strahlt noch oder wie man richtig viel da steht wieder so und da ja gefällt mir die grafik so gut weil weil es ist so ähnlich auch wie ihn kennst du die bunte farben aber 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 daher optisch einfach super schön also verstehst du das ist auch ein bisschen übertrieben die farben wie aber daher ist es macht es einfach optisch finde ich einfach was her also sieht doch schick aus buch da kommt ein annehmen ich die veronika da ist einer ach ja da müssen wir uns da durch kämpfen hilft mal nix freunde hilft mal nix aber geht doch ganz gut sind wir noch richtig oder ja naja wir gehen die straße entlang und dann links oder gehen wir mal da drüben sind die bösen da rennt wieder was rum und machen wir das alles weg hier oder damit man was tun hier damit es nicht langweilig wird oder damit man eine aufgabe haben hier hallo wenn bengen mascher her geht doch da drüben muss irgendwas sein von denen nur so naja audi die strahlen oder da wollen wir nicht hingehen da was ist das für einer der ist freundlich hallo ich habe was über ein kurier der prospektor auf dem strip macht und mehr als nur die post gebracht sehr aufschlussreich ja wir gehen jetzt mal die straße jetzt speichern wir noch mal wir gehen mal die straße lang geld und dass man da hinkommen und spiele hier radio 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 Oh, der ist böse. Mühlsoldat. Oh, 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 oh. Hm, da ja, das sind die schickten. Peng, peng, peng. Komm. Huhuhuhu. Toll, peng. Oh. Oh, das tut mir da so komisch. Jetzt kommt der nächste. Jetzt warte, ah, der. Au, ach, meine Kollegin schmeißt hier mit. Dingern. Oh, ganz grün. Die Konstanze, äh, ein, kritisch, kritischer. Oh, jetzt ist grün hier. Oh, nee. Sag mal. Tolla. Die Grafik. Oh, komm, das Spiel ist so toll. Die Grafik allein ist das. Oh, schau dir das an. Das ganze Spiel ist, jetzt wird's grün. Grün hier. Das reicht. Oh, komm, jetzt wird's grün. Oh, nee. Bin jetzt aber nicht radioaktiv. Oh, nee, jetzt wird's total grün hier. Da müssen wir schnell speichern. Komm, sonst passiert noch was hier. Leckt mich am Abend. Ist das Spiel schick. Oh, nee. Oh, komm. Ich muss da durch, oder? Oh, warte. Oh, nee. Oh, hat der was? Was haben wir? Kampfmesser, Soldatenrüstung. Verschallte Erkennungsmarke, das ist bestimmt gut. Huch, das ist der. War da jetzt keiner mehr. Warte. Der da. Kampfmesser. Ah, komm. Da haben wir alle dasselbe. Oh, nee. Jetzt ist's für grün. Ah, nee. Gut, dann gehen wir da wieder. Aha. Komm, geh raus. Kollegin. Scheiße. Ist hier alles grün hier, oder wie? Da hinten war's doch nicht grün. Oh, nee. Ja, ja. Genau, da sind die von hier hoch. Wieso warten, bis das Grüne weg ist? Oh, nee. Scheiße. Das grün. Wo muss ich... Jetzt kommt einer. Der Böse. Ja, der ist böse. Nicht mehr lang, ey. Peng. Ja. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen... Oh, scheiße. Da ist alles verstrahlt jetzt, oder wie? Komm. Hilft nix. Müssen wir durch. Hilft nix. Sind wir schon noch richtig, oder? Jetzt gehen wir da durch. Komm, scheiß drauf. Jetzt müssen... Ja, müssen da durch. Da hilft mir nix. Aha. Huch. Gott, da ist einer. Wird schon wieder weniger grün. Da bräuchten wir jetzt dann einen Stahlenanzug. Oh. Scheiße. Jetzt sind wir wieder an dem... Abgrund, oder wie? Nee. Oh, nee. Oh, da ist einer. Noch einer. Sag mal. Ich muss aber da durch, oder? Aha. Ja, da kommen wir jetzt wieder auf die Straße, oder? Das ist vielleicht nie verkehrt. Oh. Oh. Warte. Da hinten ist das Verstreute, oder? Genau. Aha. Wir sind noch... Halbwegs sichtig. Da ist wieder ein... Böser. Böser. Wer spricht? Ja. Du Böser, du. Du, du. Hoppla. Ei, ei. Was? Ist das die Veronika? Halla. Veronika, was laberst du? Nichts. Müssen wir... Solange die da ist, muss ich immer speichern, weil sonst ist die wieder weg. Aha. So, dann geht's weiter. Jetzt wird's wieder grün. Komm. Oh, nee. Das ist immer noch von den Dingen da, oder? Warte. Wir sind... Wir müssen da hin. Da hilft mir nix. Scheiße. Jetzt ist hier Verstrahlung am Werk, oder wie? Kommt die von den... Keine ist da, oder wie? Oh, nee. Jetzt wirst du da... Oh, da ist alles verstimmt. Müssen wir aber durch. Oh, scheiße. Hoppla. Wir müssen... Wir müssen da durch. Da hilft mir auch scheiße. Ist das alles verstrahlt hier? Ach, komm. Wir müssen da hin, oder wie? Ich bin wieder grün, oder wie? Ich bin wieder grün, oder wie? Jetzt bin ich gleich tot. Oh, nee. Oh, nee. Ich muss da durch. Oh, nee. Oh, nee. Komm. Komm. Komm, Konstanze. Komm, Konstanze. Ah, Veronika. Wir sind aber... Wir müssen da durch. Scheiße. Ah, jetzt kommen wir raus, oder? Hm. Jetzt geht's wieder raus. Hallo. 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 Da brauche ich einen Stahlenschutzanzug, wenn ich da rein will. Also da in dieses Verstrahlte, wo wir gerade waren, da, wenn ich da was... Da gibt's bestimmt irgendwas zu holen, dann müsste ich mir da... Ja, jetzt kommen wir... Genau. Jetzt kommen wir da runter. Hallo. Gut. Kaffeepause. Jetzt machen wir ein Päuselchen. Ähm. Naja. Zwölf Minuten haben wir noch. Kaffeepause. Hm. 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 Ist da einer? Huch, da ist einer. Scheiße. Hm. Hm. Hoppla. Hm. Hm. Einfach mal... Das ist so schick hier, die... Die... Oh, ne. Ich krieg's nö. Oh, ne. Ist das schick. Ganz schickes Spiel. Da laufen noch ein paar rum. Da laufen noch... Oh ne. Komms. Gut. Speichern. Speichern, speichern, speichern... mühsam ernährt sich das eiche und jetzt gehen wir da runter oder irgendwo da unten da vorne das ding da vorne müsste es sein kollegen ich könnte auch einfach nur warten immer eine stunde dann speichert der auch immer erst mal das gelände sichern worte ist da eine gelände sichern aha wir kommen der sache da gibt es zeug drin wahrscheinlich der sache wir sollen mal warten jetzt warten mal damit man das beitag sehen da ist bestimmt auch noch was da unten das können wir irgendwann später mal anschauen waren sind spiele zwar hat man noch eine stunde kommt die sonne scheint doch hoch jetzt kommt einer aussichtspunkt das denke ich mir ja aber ein bisschen rot hier die aussicht das gibt es hier drinnen nichts mit so sehr war ja da ist alles zugenagelt doch ich bin richtig und deswegen irgendwie bin ich noch richtig hier und sind ob der und nicht im doktor haus oder wie da unten tatsächlich da ist sonst nichts mehr oder da unten komme ich gar nicht da ist einfach so runter gehen dann kratzt mir die konstanz muss ich da und da oder konstanze ob die veronika kommentar ohne nachkommen na gut dann watschlich jetzt doch und da schafft es die die veronika beichern jetzt gehe ich da runter schafft die also musste runter oder und nicht sein die holger künfte klar Ja, also, ich kenne mich immer noch nicht aus. Rechts. Da rechts hin. Da auf dem Steg, da, oder wie? Da vorne, da, das, aha, das da, oder? Was muss ich da machen? Den Platin-Chip, hm? Also irgendwas muss ich da machen, weiß ich, keine Sau. Ah, da steht einer, jetzt soll ich Bayern aber nochmal. Hoffentlich ist die Konstanze noch da. Ja, gut, jetzt gehen wir da hin, oder? Äh, das ist der Idiot. Oh, nee, was sind denn da für Eingänge? Die Häuser da, oder wie? Nee, jetzt gehen wir da hin. Das wird der Hallen, da, das Wasser, schau her. Boah, wahnsinn. Durchsichtig, boah. Schau dir das an. Die Idioten quatschen, da kommt. Der hat einen Rock an. Sind Sie bereit für die Reiseflussaufwärts? Oh, war ja. Oh, komm. Sie werden bald dem mächtigen Saison. So viel ich weit. Äh, komm. Sie kann ich wieder irgendwie alles. Die Reise dauert ein paar Stunden. Ach du Scheiße, muss ich jetzt das machen, oder? Oh, jetzt funktioniert es nicht mehr. Oh Gott, das war klar. Auf Wiedersehen, ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.